Was ist der Finanzplatz in der Schweiz? SIX ist ein extrem wichtiger Bestandteil vom Finanzplatz in der Schweiz. Innovation braucht es da. Die Innovation spielt sich ja auch in den Teams, auch in den Arbeitsweisen. Da sind wir auf einer interessanten Reise hin zu agilen Arbeitsmethoden, zu einer Bündelung von allen Kompetenzen in einem einzelnen Team. Eine kleine Transformation ist eine Veränderung im Unternehmen, in der Abteilung, im Team, aber auch in jeder einzelne Person. Wichtige Elemente in diesem Zusammenspiel sind die Freibarungen oder eben auch, was verstehen wir unter Eigenverantwortung in dem Team, in dem wir arbeiten. In der heutigen Zeit mit diesen ganz schnell ändernden Anforderungen und auch der Unklarheit über vielleicht zu erreichenden Zielsysteme am Anfang des Projekts sind Zwischenschritte, kurze Etappen, ein Mast. Durch das, dass wir schneller Zwischenergebnisse erreichen, lernen wir auf dem Weg zum Gesamtergebnis. Für mich ist das Allerwichtigste, dass der Kunde, sei es ein interner, sei es ein externer Kunde, Teil des Entwicklungs-, des Betriebsteams ist. Agilität wird für mich sichtbar, indem ich viele Stand-Ups beobachten kann. Und wenn ich durch das Büro laufe, treffe ich Product Backlogs an und Arbeitsfortschrittsdokumentation, wie hier hinter mir an diesem Scrum Board. Das macht mir Spass und das zeigt mir, dass wir immer mehr richtig Agilität unterwegs sind. Wenn ein Unternehmen agile Arbeitsweisen einführen möchte, dann ist das eine Veränderung für jeden einzelnen von uns. Jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft ist ein wichtiges Element auf dieser Reise. Und diesen Weg zu gehen, das ist unheimlich spannend, unheimlich herausfordernd. Wir sind auf gutem Weg. Wir unterstützen das mit Lerneffekt, wir unterstützen das mit Coaching. Und einzelne Teams bilden richtige, agile Inseln in unserem Unternehmen, wo andere anstecken. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auf dieser langen Reise den richtigen Weg eingeschlagen haben.